Das ist ein großer Bullshit. Nichts ist ein großer Bullshit. Was ist ein großer Bullshit? Ich bin doch alle. Nee. Ohohoho. Was ist das? Mein Bruder, mein Bruder, mein Bruder. Und dann, ey, die hauen nur auf. Ich bin auf dem Dach gelandet. Guck mal, hier kommt kein Monster hoch. Ich komm hier nicht mehr raus. Guck mal, Lucy. Ey, wir sind kaum gelandet und die Ersten meckern schon wieder. Nee, wir meckern gar nicht. Und die ist schon wieder tot. Die ist im Haus gelandet. Ich bin auf dem Haus gelandet. Siehst du mich? Das gibt's jetzt mehr. Ach, Moni, guck mal, was für ein hübsches Gewehr ich jetzt hab. Musst du damit eher was kompensieren? Wenn ich da jetzt rum da hechte, ne? Nur mal so. Breche ich mir da das Genick? Ich probier's mal. Waaaah. Oh, scheiße. Oh, was kommt hier? Oh. Oh, Mann. Ich zeig das auf, ähm, Josi. Ja, bitte. Ja, bitte. Oh, fuck, das war's falsch. Ich wollte ne Waffe. Ken, rennt, 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 rennt. Oh, sie machen da, Lucy. Oh. Ich hab euch rechtzeitig gewartet. Ich wollt eigentlich meine Waffe holen. Boah, da muss das Geld noch mal an. Da schreie ich die Heufe an. Oh, ich bin aber auch tot. Ah. Ich hab zwei. Das ging ja verwechselt, Lucy. Es tut mir leid. Das war keine Aufsicht. Es war wirklich, es war, es war dumm. Sag mal, ich hab heute den ganzen Tag nur mit Eigen-Soldest-Soldest-Soldest-Soldest-Soldest-Soldest-Soldest-Soldest-Soldest-Soldest. Bleib mal stehen. Ja, schön. Ich würd halt auch gern mal rankommen, aber wenn der Robin da die ganze Zeit hinfeuert. Ich feuer dann schon. FÜRÜBERERDE! Genau, Romy. FÜRÜBERERDE! Stimmt, bei dir würdest ja deutsch gesagt, ne? Naja, Lucy stell dich mal hier hin. Lucy hat keine Lust sich da hinzusteigen. Da macht sie das auch hin. So, warte mal. Ne halbe Tonne pure Demokratie. Look at this! Boom! Schönen Abstand halten, schönen Abstand halten. Und jetzt guck. Alter. Ich will auch da mitspielen. Jetzt weiß ich, dass du was kompensieren musst. Aber das Ding braucht halt jedes Mal 2 Minuten und 30 Sekunden. Warte, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Aber gut eingesetzt ist das Ding doch nicht schlecht. Ja, also mittlerweile, ne? Ja, bis jetzt stimmt's. Kann ich die Waffe droppen? Kann ich die Waffe droppen? Ne, kann ich nicht. Upsala. Also die Waffe hier, ne? Die ist genauso wie dieser Laser, den wir haben. Also die hat, äh, sogar 6 von diesen Laser Magazinen, die sich wieder abführen, ne? Das heißt, da verbrauch ich eigentlich keine Muni, wenn ich, äh, sparend bin. Mein Rogue verbraucht keine Muni. Dann brauche ich noch eine, ähm... Nice Magazin! Achtung Lucy, der spuckt Säure. Ja, und das war aber jetzt keiner Verlust. Ja, normalerweise stirbst du damit nicht gleich. Doch, doch, die... Von den großen Säurespugger bis der Instant-Tot. Ich bin auf, äh, Schwierigkeitsgefüllte 3. Und mir hat das nichts zu tun. Ne, ne, das stimmt schon. Also bei dem Säurespugger ist man schon bei einem Spritzer hin. Achso, wir müssen uns noch bewegen, ne? Ja, ja. Ja, wir sind gerade am Anfang, also das ist noch nicht hier... Ja, wir müssen jetzt, äh, übrigens 3 Batterien bewaffen, ne? Das heißt, wir dürfen jetzt die Batterien, die wir jetzt aufladen, die nicht von Monstern adoptieren lassen. Naja. So. Achja, wenn ich mir jetzt als, äh, große Waffe jetzt noch diesen Laser hol, den wir beide haben, Roni, dann verbrauch ich eigentlich keine Muni, ne? Ja. Und brauch ich eigentlich gar keinen Supply, ne? Ja, außer für die, äh, Stims halt. Wo müssen wir ab und zu noch hier hin? So, also hier, das Ding hier. Geil. Ach, ne, warte mal, wir müssen erst mal in die Musse, um das Ding da anzuziehen. Okay, bleib doch mal hier, ich bin gleich wieder da. Du siehst, du kannst dir fessern auf den... Ach, die ist tot. Hä? Nein, Robin ist tot. Hä, wo bin ich denn jetzt reingefallen? Ich bin, ich bin jetzt in irgendein Wasser rein und war instant tot. Ja, die können nicht schwimmen, weißt du, wie schwer die Anzüge sind? Ey, ich bin... Der hat... Lustig, schnell, seine Sachen blindern. Seine Sachen blindern. Wo liegt der denn? Ja, im Fluss dort, in dem Ding dort. Ach so, dann sind wir von der Apex. Aber da bin ich ja instant gestorben drin, also da könnt ihr gar nicht erst reinspringen. Da sterbt ihr instant. Das ist so ein Todesnebel oder wie? Was soll denn der Shit? Oh ja. Was soll Rücktrüger? Ja, normal, der ist groß. Au! Achtung, Ronny, von rechts kommen wir jetzt nicht. Ja. So, okay, dann mach ich den Turm hier an. Ah! Ach, ich hab's ja schon wieder verfeinigt. Nur um sicher zu gehen, dass man wirklich stimmt, wa? Warte, pass jetzt. Oh! Oh! Okay, wer von euch hat was explodiert? Ich hab nix explodieren lassen. Mein, ähm... Oh, mein Eagle ist wieder ready wieder. Ich raus! Haha, das wusste ich sofort. Die Demokratie ist gelandet! Mein Eagle ist die ready, Leute. Vielleicht würde ich wieder eine halbe so eine Demokratie... Wunder gehauen lassen, die Siege. Neues Magazin! Das müsste da hinten irgendwo sein. Okay. Schuss ist das Wattlaufspiel, nur noch so. Hast du Ronny wieder geholt, ja? Ja. Hm? Weil du gesagt hast, was du warst, hab ich gesagt, das hat ein Laufspiel. Naja, sehen wir noch. Ey, wo ist denn der Knopf dazu? Ist der da oben drauf? Oder ne? Komm, wir markieren noch selber was. Oh, ne. Meine Karte geht nicht auf. Ja, ich sollte mir ne fixe Spritzen geholen. Activate Terminal at the Base. Ja, ich bin noch bei der Base. Wo ist denn das Scheiße? Wo ist denn das? 100 Meter. Ich suche grad das Terminal, was man hier aktivieren muss. Wie kommt man denn da rüber? Ach, hier ist mein Stall. Wer von euch beiden ist grad gesprungen? Niemand ist gesprungen. Niemand. Warum zieht der an die Erde? Ich steh. Ich such grad nen Weg da rüber. Lade nah! Ich such grad das Scheiß Terminal, was hier sein muss. Was ist das? Ah, ich hab das Terminal. Okay. 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 Ich hab das Terminal. Bleib mal bei der Batterie. Die müssen wir jetzt aufladen. Ja, wir sind ja schon mal auf dem Weg dorthin. Du bist ja wieder einfach losgestiefelt. Ihr wart doch grad schon bei einer. Hier, das Ding. Wo ihr grad wart. Das. Das ist ne Batterie. Das soll ne Batterie sein? Also das ist ein Batteriesilo halt. Ja, und wie groß ist denn das Handy dazu? Oder die Fernbedienung? Das ist in der Mitte. Der Turm. Was ist denn das? Aber ich hab doch aber jetzt nirgends wo irgendwie... Siehst du da oben das Zeug, was sich dreht? Auf dem mittleren Turm. Ja. Das sprüht... Och Gott, wie heißt das auf Deutsch? Keine Ahnung, wie's auf Deutsch heißt. Aber das sind äh... Antisiefermittel. Bugspray. Bugspray, ja. Ja, aber das Ding müssen wir jetzt aufladen. Ins Insektvernichter. Jetzt müssen wir übrigens den Turm beschützen, ne? Von allen Seiten. Ich geh auch den nächsten Wichtern an, dann dürfen wir das Ding neu anfangen, ne? Oh, ne, oder? Also, seid ready, ne? Für Demokratie. Oh, die süße Freiheit. Wollen wir abwarten? Ja. Entschuldigung, zu wen könntest du uns? Zu den L-Divers oder zu den Bugs? Weiß ich noch nicht. Unentschieden. Äh... Wir haben ja nötig keine Kürze. Hehehe. Oh, fuck. Ja, ich brauch erst noch meinen Grover. Du Achtung bei mir, wo ich gerade gestorben bin, äh, waren welche. Lusi, links hinter dir. Ne, neben dir, neben dir, neben dir, neben dir. Ja, Lusi, in Säurespritze, alles möglich ist hier. Ja, ich darf ich so süß lassen können. Nee, ich, 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 ich wunsch doch nur. Du hast das nen Ticken zu energisch gesagt. Wecktor, 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 Wecktor. Hast du jetzt wegen... Hast du jetzt wegen EINEN BANKEN den Ding runtergelöst? Nee, da war ein solcher Sprung ja noch so ein großes Wicht in der Erde und dann ganz nach oben. Ja, das ist ein Fies. Da war ich jetzt direkt nach oben, scheiße. Verstärkung! Jawoll! Direkt raus! Ja, du hast aber Lucy mitgekillt. Lucy stand eben direkt mit. Ist das Spiel gerade inkompetent oder bin ich? Das geht einfach nicht. Das muss doch jetzt sein. Und nein Lucy, ich will keine ehrliche Antwort drauf. Ja, zu viel Ehrlichkeit ist manchmal auch nicht gut. Ah fuck it! ZACK! Runter die Olga! ACHTUNG! 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 Deswegen hast du mal eine Gatling mit zerstört gleich. ACHTUNG! 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 Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wäre gut, wenn du nicht die Batterie mit anschießt. Ich starte mal neu, das Ding. Da oben ist der Knopf. Ich geh hoch. Wenn das Ding Schaden nimmt, müssen wir bis jetzt mal neu starten. Sorry. Alter, ich kann gar nicht glauben. Das ist schon wieder. Ich glaube, der hat meine Anti-Zumi-Mine kaputt gemacht. Danke. Hast du nicht gerade die Erdbeben gespürt? Ach. Ja, und was war das? Das ist ein normales Ding. Das gibt's auch als Meteoritenschauer. Ja, schön, aber ich hab da gerade was platziert, damit die eben nicht an die Bombe rankommen. Und du hast es in die Luft gesprengt. Ich hab, das waren die Erdbeben immer noch, fast ist gar nicht. Ich steile mich mal ganz kurz stumpf. Okay. Wenn Erdbeben sind und mitten auf deinem Bildschirm steht, dass ein Erdbeben ist, dann ist ein Erdbeben. Oh, da koppelt eins hoch. Kann man das draufschießen? Oh, krass, der. Oh, das kriegst du ja nie irgendwo. Wie sollst du das hochkriegen? Das koppelt hoch, hab drauf rein. Ich kann ja nicht mal den Knopf drücken, weil dieser ist wieder auf null runter. Alles gut. Ups. Lucy, Vorsicht, bei dir kommt Box. Rechts, glaub ich. Okay, also auf die Mission müssen wir jetzt mal mehr Standschüsse machen. Und wie haben wir denn jetzt nur noch drei Wien vor? Ja, wir haben uns ja irgendwann alle gegenseitig vernichtet und dann so waren wir noch gestorben. Ja, Robin hat mich viermal gefühlt. Ja, 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 ja. Komm. Wir benötigen ein Geschütz. Oh, oh, hier ist wieder irgendwas. Wo ist hier was? Wo ist hier was? Da hinten ist was. Unstable? Muss man da jedes Mal was machen? Muss man zölerieren? Muss man... Nee, du kannst ja nix machen. Du kannst ja nix machen. Du kannst ja nix machen. Ja, es ist unstable. Das heißt, wenn du jetzt schon wieder ein Ding hat, dann müssen wir das reparieren irgendwie. Ich weiß das halt auch nicht. Ich dachte ja, wenn du eine Mission auswählst, das muss man machen. Nö. Aber wenn jetzt nix Dummes passiert, haben wir es gleich. Lief der, geh doch. Das ist das schon wieder. Antipersonal Minefield. Aber da gehen wir zusammen zur nächsten, sonst ist das ja okay. Da darfst du ja wundern, dass das Ding alle 10 Sekunden Neustarter in Andauer und Wien explodieren. Geht aber dann hier. Oh, Zäubelspucker. Weg mit dir. Außerhalb von vier. Ahhhh. Scheißding, Alter. Das ist meine Küche. Hilfe. Ha. Hilfe. 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 Ja, ich... Nur sie macht immer, weil da kaum kostet der Säure-Figure... ...verf... äh... Sprüge. Magazin leer. Anfrage bestätigt. Verstärkung im Anmarsch. Das muss automatisch gehen. Da stirbt einer, da ist wie in der Gangschaltung nacht. Könnt ihr ja auch nicht auf die Gangschaltung gucken. Müsst ihr gleich automatisch... zack. Ja, Robin, da spielt nur nicht jeder so viel wie sie ist. Hä, das... Schachmatt. Hoch, rechts, runter, hoch, rechts, hoch. Das ist die, ähm... Das war die Kombination. Das ist, ach so, das ist meine Waffe. Gönn dir. So, mit Liberator. Doch, du hast es. Gönn mal. Mach mal. Skype, oder wie heißt sie? Ja. Ah ja, okay. Sense. Das ist die, die keine Muni braucht. Da muss ich bloß nicht überhitzen, ne? Ja, das... So, wo ist die nächste Batterie? Wo ist die nächste, wo gemein? Scheiße. Also, das Problem ist... Los, ich? Alter, wirklich. Zack, 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 zack. So schnell muss es gehen. Boah. So schnell muss es gehen, der Typ. In seine Todesnachricht ist noch nie mal richtig rum, und schon muss der wieder da sein. Wer von euch hat schon wieder ein riesen Minenfeld hingelegt, ey? Ich spiel die Scheiße nicht. Ich hatte sie letztens, oder vorgestern, gestern, weil sie als Mission war. Die Mission ist vorüber, deswegen werde ich das Ding nicht mehr durchgehen. Weil es ein erländer Bullshit ist, der mehr seine Teammates weghaut, als die Stelle. Ja, ich weiß. Ich mein, als Beginner ist es ja okay und so, aber sobald man Level, keine Ahnung, um 8 erreicht, dann hat man eigentlich Zugriff auf besseres Sachen. Ja, jetzt ist nämlich die Waffen alles wieder weg, ey. Wo ich so da... Und jetzt muss man echt aufpassen. Du musst auf die Map gucken. Dann das Zeug... Also da oben... Ja, ich laufe nicht wieder in das Minenfeld rein, und da habe ich keinen Bock drauf. Ah, okay. Ja, dann... Weil das Licht da jetzt so da drin, ups. Kann ich schon? Deswegen immer sparen. Dass du dir halt immer gleich gutes Zeug hast. So, hier ist die nächste Batterie. Andreten, alle Mann. So, ich tu jetzt mal... Von wo... Okay, ähm... Geht mal drum rum und such mal für eine gute Stelle jetzt für... Für das, äh... Für das, äh... Für das Sentry. Ja? H-N-G. Nennen, was man will. H-N-G. Das musst du halt manuell steuern. Deswegen ist es halt nicht so effektiv wie eine richtige Sentry. Aber... Wenn halt ein Team mehr den Weg steht, ne? Kannst du halt einfach aufhören zu schießen. Das andere Ding schießt halt weiter. So, hier ist das eigentlich ein relativ wenig Spell, oder ne? Das ist echt der Zaun hier. Oh, ne? So. Ja, okay. Dann müssen wir mal gucken, Pete. Kann man das irgendwie wieder sehen? Ähm... Wo ist hier die Schulter? Markier mal einen Schulter. Ja, wir brauchen jetzt erstmal eine gute Stelle für den H-N-G. Das wäre erst mal das Ding. Das würde jetzt mal, äh... Eine gute Verteidigung sein. Habt ihr Sentry? Ja, räum. Okay, dann... Ich hab eine verfügbar, ja. So, du hast die Gatling. Okay, das ist die gute. Dann setz die mal hier hin am besten. Oder ne, warte, 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 warte. Hier hin, schön in die Mitte. Da kann die hier rechts geradeaus und in der Mitte gleich abdecken. Ich, ähm, drücke mal hier den... Also du drückst mal hier den Knopf und ich setz da mal hier ein H-N-G hin. Da hab ich gescheite Aussicht über das ganze Zeug hier. Ähm... So, zack, soll ich schon meine Mine hier hinsetzen. Was? Ja, okay. Schön weit weg von der Batterie. Äh... Zack, 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 zack. Achtung, Lucy. Hier kommt jetzt mein H-N-G hin. Äh... Mein kompletter Bisschen ist aus. Mein, äh... Fernseherstart ist gerade neu, wenn nicht der wird. Also... Alles gut, mein... Unsere? Ist nicht unsere. Musst du reden, da? Da kann keiner was dafür. Da kann keiner was dafür. Okay, da hinten ist ein Parkplatz. Ne, ich sag mal, da kann... Da kann keiner was dafür. Ne, alles gut, Lucy. Lucy steht neben mir. Und ich hab ein H-N-G Essentially. Also... Hier passiert nichts. Warte mal, hab ich eigentlich... Ach, ein Rover, Leute. Gönnt euch mal. Hier. Boom. Achtung, soll sich programmen. Scheiße, sind die Zentren schon alle, oder wie? Äh... Ja. Scheiße. Okay. Ja, das Problem ist, das sind gerade, ähm, Hauptmussionen, ne? Also das sind so... Gibt ja die Freiheitsmussionen, ne? Also, das sind so... Also, der erste müsste gewesen sein, dass wir 100 Gegner mit dem Flammenwerfer erleben. So... Kann dieser Scheiße kommen, der kann man an den Flammenwerfer ergeben? Ich erzähle mir warum, ich bin einfach mit dem Flammenwerfer. Soll ich mal... Zeugengeläte... Yes, das ist wieder... Geste. Alter, bei mir ist schon wieder ein zweifelere Spur, ich gestiften. Ich kann ja nicht bleiben. Alles gut. Wenn sich das... Äh... Alter, geht da drüber! Geht doch über das Scheißgeläte! Da rennt über jedes Gelände rüber. Sof, wie kann man was markieren? Ja, eins. Hier ist ein Versorgungspaket. Äh, das ist mein Rover, den hab ich, oder? Versorgungspaket, oder? Nein, ich hab ein Versorgungspaket daneben gelegt. Ey, wir haben's geschafft, Leute, wir haben's geschafft. Ah, perfekt. Siehste? So einfach geht es. So einfach geht es. Siehste? So, Boom, da ist die nächste. Gibt's hier irgendwo ein Spritzenpaket? Äh... Porni? Kann ich noch was mitnehmen? Äh... Aua! Was kann ich mitnehmen? Gibt's das Versorgungspaket mit? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Das ist markiert. Hä? Ich sehe, du siehst du das? Oben steht sie. Erdbeben. Hier. So. Okay. Ähm... Warten wir jetzt mal ne Minute. Dann kann ich meinen HMG wieder hinsetzen. So. Also Stalford. Äh, braucht jemand noch ne, äh, gute... Ach, wir brauchen mal ne... Oh, hier sind drei Säurespucker. Direkt 500 Kilo Freiheit. Weg mit dir, Rollni! Weg mit dir! Weg mit dir! Weg mit dir! Sehr schön. Direkt 500 Kilo Freiheit. So muss das... Noch ein... Sag mal! Ohhhh! Passt erwischt. Heute nicht. Okay, wir brauchen auf der Mission auf jeden Fall viele... Sentries. Pau, 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 pau. So, Ronny. Hast du das jetzt grad gesehen? Das ist grad von der Fläche hier abgebaut. Mhm. Er setzt sich mal da unten rein und bedien es mal. Aber Achtung, das dreht sich relativ langsam, ja. Wo ist das, wo ist das, wo ist das? Scheiße, critically! Oh Gott! Oh Gott! Ist er jetzt nicht lieber da wieder. Nee, er hatte ich nicht vor. So, da unten kommen die meisten. Und dann fährt sich nicht mal da unten, ja. Warte, das ist aber dreht sich... Oh. Hm? Aber wie? Das dreht sich wirklich langsam, hab ich nur gesagt, ja. Es ist geil, aber es dreht sich echt langsam. Es dreht sich... Es dreht sich beschissen, Mann, Mann. Jetzt hab ich's selber gemacht. So, halt, ja. Das Ding sagt, es ist, äh, kritisch... Und dann soll ich's mal aus. Nein, das dreht sich. Ganz genau, Romy. Ganz genau, Romy. Oh, du... Äh, ja, wollt ihr's immer... Oh, scheiße, abklingt seit zwei Minuten, Lusik, du musst jetzt erst mal tot sein. So, und wir haben's doch. Wir haben's, Leute! Ab nach Hause! Ja, dann, wir warten noch zwei Minuten, bis Lusik da ist. Einhundert Meter! Es wird niemand zurück... Äh? Das war jetzt der letzte. Ach, das war der letzte, okay. Ja. Ja, jetzt müssen wir jetzt, äh... Anderthalb Minuten warten, müssen wir den nächsten bekommen. Also, wenn Lusik dann stirbt, muss er, äh, anderthalb Minuten warten. Muss er warten, ja. Okay. Jetzt ist nur noch evakuieren, oder? Ja, ach, das steht's, ja. Wo ist evakuieren? Ich seh's nicht. Ja, jetzt müssen wir hier das Ding nochmal fix anmachen. Und, äh, abhauen. Raus aus der Olga. Ich hol mir noch ein Supply. So. Hä? Das ist, äh... Initiate Term analysis frozen. Wieso kann ich das jetzt bald nicht machen? Activate Tower. Ja, kann ich nicht. Wieso kann ich den Scheiß hier nicht aktivieren? Kannst du den aktivieren? Nee. Nee, okay. Muss man den irgendwo anders aktivieren? Äh, bei mir steht nur... zur Evakuierung, sondern... zur Evakuierung vorgeben und... ...und... Dispersion einleiten. Ah, ja, stimmt. Evakuierung... Ach ja, die ist ja ein paar Meter weiter weg, ne? Wo ist denn das? Äh, ich seh den blauen Strang. Äh, die ist außenrum. Die ist außenrum. Also, die muss hier irgendwo in der Nähe sein. Gibt's denn nichts weiter mit Wackzeug? Äh, nee. Also, hier... Siehst du ja, die Map ist relativ klein. Da... Also, es gibt halt, äh, Samples. Wie normal. Aber... Ist doch hier klein. Oder? Oh, fuck. Ah, das müsste so eine runde Fläche sein. Ich hab... Das war voll meine erste Mission. Die von den Typen nicht wieder. Also, mit den Typen von Mission. Ah ja, da haben wir's. Da haben wir's. Scheiße. Hier ist schon unsere fucking See, wo ich vorhin gestorben bin. Das ist schon eine Scheiße. Neuer Kanister! Aber nur so zur Info, ne? Solange ich eigentlich noch am Leben bin, müsst ihr euch nicht um irgendwas kümmern, ne? Also... Das mach ich mittlerweile schon, äh, aus Instinkt. So, jetzt lass uns... Evakuieren. Dann schauen wir noch. Ja. So. Genau. Das raus aus der Olga. Alter, ich will doch da nicht drauf, ich bin die Vorrede verfluchter Scheiße. Gibt's denn hier was? Warte, 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 warte. Das ist für dich! Selbstverständlich, dafür haben wir's doch. So. Da oben ist er doch, haben wir's. Siehste! Geh do! Ich geh ans Terminal! Na komm! Na komm! Na komm! Na komm! Na komm! Na komm! Rechts hoch! Rechts hoch! Ja komm! Ja, du musst immer, wenn du auf dem nächsten Ding, musst du mal rechts so zu drücken, genau. Und jetzt siehst du da oben, wie aus dem mittleren Turm, da oben. Ganz da oben siehst du jetzt. Ganz da oben siehst du jetzt. Also jetzt wird das Ding erstmal aufgeladen, ne? Damit wir retourn durch. Wir wären gerade 2 von 11 oben. Hm. Ja, das läuft erstmal. Ja, das läuft erstmal. Wir benötigen ein Geschäft! So, jetzt wird er aufgeladen erstmal, wie der Turm. Ich hole mal, wenn ich irgendwo wieder runter. Boom! Boom! Also jetzt wird er erstmal... Und jetzt seht ihr da oben? Oh, das war's für dich. Nicht der Fall. Ach, Pestizid, das war das Wort. Pestizid. Genau. Ah, ja, das war das deutsche Wort. Genau. Heizes feuerlich auf Terminalzeit, oder wie? Oder heizes feuerlich keils zu tief. Äh, bei uns steht nur Evakuierungsterminal aktivieren. Wir müssen also nochmal an das Ding ran. Aber dein Ding verhindert gerade, dass man da durchkommt. Ach so. Ich mach mal. So. Boom! 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 So, so schnell geht das. So. Ne, der, äh, der Missionsname. Also das Ding drüber. Was geht denn bei dir? Irgendwas mit aktivieren. Äh, Terminalzeit Storm aktivieren. Ah, Terminalzeit, ja. Au. Ronny? Ich war das nicht. Ja, 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 ja. Ich hab das nicht dorthin geworfen. Ich hab das wo ganz anders hin geworfen. Na komm, hol hoch. Hab ich doch schon. So. Rein in die Olga. Die ist ja noch nicht da, die Olga. Ja. Schottel im Anflug. 1,5 Minuten. Hä, wann soll ich euch gekillt hab? Ich hab das Ding extra in den Berg runter geworfen. Das war eine hartgroße Explosion. Oder das war... Und dafür warst du, laut dem Ding. Ja, ich hab... Ne, aber vielleicht hab ich wieder... ...erwischt, dass ein Bock das Ding, ähm... ...mit hochgetragen hat. Was ist das denn? Hm. Äh... Robin, direkt vor dir müsste meine, äh... ...probe noch... Äh... ...ja. Oh, shit. Werde ich die denn? Ich wurde jetzt von vorne und hinten durchgenommen. Aber da kann ich jetzt nichts dazu. Ne, bock. Ah, geh ohne uns, Ronny. Geh ohne uns, Ronny. Geh ohne uns. Ohhhh... Ja, ich kann mich erkennen. Ja, ich kann doch nicht rennen. Das ist ja die ganze Zeit die Scheiße. Räume im Rennen. Räume im Rennen. Räume im Rennen. Räume im Rennen. Alter, guck mal. Ich bin so ein... ...behinderter alter Mann. Nicht runterspringen. Doch, mein nicht runterspringen, weil die blöden Arschkekse noch nicht runterkommen. Ohhhh... Äh, da kommt denn sein fetter Arsch hier runter? Ist das normal, oder was? Ja, ja. Magazin mehr. Ohhhh... ...fünfzehn... Alter, das ist... Dieser Scheiß-Lousch. Nö... Elf... Zehn... Ah, passt schon. Passt schon. Ne, passt nicht, weil die alle hinter mir her sind. Ich hasse die alle. Das schaffste nicht mehr. Oh, warte, warte, warte. Guck dir jetzt mal die Scheiße an, was da alles ist. Ich kann es jemanden wiederholen. Ja, ich bin ja dabei. Ja, das Ding geht gerade, oder? Vor der Versstärkung an. Scheiße, äh... Ja, der ist gerade wieder abgeklogen. Jetzt müssen wir das Ding nochmal abgeworfen. Ja, bitte geschützt! Ja, was soll ich denn machen? Ich will ja allein ne hunderttausendige Scheiß-Bucks. Guck mal an. Ja, okay. Dann überlebt erst mal. Dann hole ich, äh, 500 Kilo Freedom runter, ne? Ja, bitte! Dann mach mal weiter. Das ist das Schöne. Ich werde dreimal rein in den Umkreis und alles weg. Vor allem, es gibt nichts auf diesem Scheißplaneten, was dich nicht slowt, ey. Lucy, die sind jetzt alle zu dir aufm Weg. Ach, Ronny, ähm, dein Orbital Strike ist das Problem, das, äh, tut ne Reihe schießen. Das heißt, da kommt vorne ein bisschen was, dann tut's ne Reihe. Also nach hinten geht's auf. Es kann sein, dass wir vorhin in der Reihe drin gestanden haben. Ja, mit Sicherheit sogar. Ja. Das war aber keine Aufsicht. Okay, so. Viel dodgen. Viel dodgen. Weil, umso länger wir jetzt Extraction machen, umso mehr Bugskorn müssen wir das probieren. Nein. Leute, echt jetzt? Ich wollte das Ding wieder rufen. Ach, jetzt soll ich die Schnauze voll, ey. Oh oh. Was hat mich jetzt gekillt? So ein kleiner Käfer kritzelt mir einen Fuß, ey. Wer mich nicht durch diese Luftröhren drängt. Ja, wir haben wenigstens das Ziel erreicht. Oh, fast doch. Ich mein, es gibt weniger Experien, wir haben das Ziel erreicht. Willst du mich auch mit so nem publischen Maschinengewehr auf dem Planeten abgesetzt, wo es 12 Millionen Bugs gibt?